An der Stelle starte ich doch noch mal meine Aufnahme. Also ich muss jetzt zu Chris. Ja, da war ich doch gerade die ganze Zeit. Wir kommen zurück beim Chaos Pur in Minecraft Reloaded mit, ich weiß nicht, 8 Deppen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo Chris wohnt. Nein, wir sind zu siebt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. WTF? Ja, kannst du zählen. Wir sehen, kurz vor der Wahl zu Holgermeister zeichnet sich die Gruppe durch höhere Mathematik aus. Doch, ne. Doch, ne. Ma-was? Oh, Marburg? War es Marburg? War es Marburg? Oh, ja. Oh, Schlecker. Nein, 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 nein. Wann ist jetzt die Wahl, oder? Ja, theoretisch könnten wir die machen. Alles klar. Was ist denn jetzt? Ich will die jetzt mal starten. Dieht interessant aus. Oh, der Schuh. Ja, dann kann ich jetzt zur Wahl ohne schreiten. Nein, nein, nein. Also ich bin wenigstens dahin muss. Nein, erst wenn alle da sind. Wir müssen Flex noch irgendwie den Chat zu holen. Ja, ich bin schon da. Ja, haben wir denn irgendeinen, der die Wahl leitet, der die Stimmen zählt, der irgendwas keine Ahnung mag? Dann übernehme ich das zählen, weil mir ist das eigentlich völlig egal. Ja, okay, dann mach ich mal rum und dann... Wo ist denn, wo ist denn komm ich mal rum? Das müsste man mir zuerst mal sagen. Das Rathaus. Wir haben ein Rathaus? Das ist Rathaus, ja. Oh, erzhaft. Wo ist das überhaupt? Das ist quasi... Sag mir keine Koordinaten. Bitte? Wer war das? Sag mir keine Koordinaten. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Ich bin der Chris LB. Und jetzt geht's gleich hier rein in eine, ja, etwas chaotische Aufnahme. Hallo Anthony. Penis. Ja, wir sind ja viel Krieg. Wir sind acht Leute gerade drauf. Miep! Das heißt, fast alle von unseren Projekt sind da. Von daher, viel Spaß mit unserem chaotischen System. Quatsch, wir sind hier chaotisch. Ey, das ist bestimmt das chaotische Lagersystem. Dann gib mir doch jetzt noch eine Peilung. Wo zur Hölle haben wir ein Rathaus? Bestimmt am Sporn. Das ist, wie gesagt, nördlich von meinem Haus. Ist das. Wo ist denn nördlich von deinem Haus? Du hast ne Karte! Ja, aber in dieser Karte sind die Häuser nicht parkiert. Du siehst so'n grauen Klotz. So'n dreieckige... So'n dreieckige... Tetris-Block auf der Karte. Die müsst' du ganz groß sehen bei mir. Nee, ich hab' die Karte nicht auf. Das kann nicht sein, so... Fertige Kompetenz. Ah! Also... Kompetenz edits best. Aber ganz im Ernst. Ende, mein Korb! Alter! Okay, ich revidiere. Ich stell' mich doch zur Wahl zum König und Bürgermeister, weil ihr seid alle bekloppt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich brauch' die Sachen! Ja, machen wir die Königswahl jetzt auch direkt oder nicht? Nein, die ist jetzt nächste Woche. Ach, die ist nächste Woche. Wir müssen die aber jetzt machen! Nein, die machen nächste Woche, Punkt! Aber... Mama! Ich will die jetzt haben! Nein! Und es hat nichts Bett! Du bleibst so lange sitzen, bis du dein Essen aufgegessen hast! Mama, nein! Das schmeckt nicht! Oder willst du so werden wie der da oben? Ich möcht' aber die Königswahl jetzt haben! Ja! Das Gemüse... Nein, das Schäumel hat einer mehr Probleme als der andere! Das stimmt! Bub, schau' mal nach oben! Der hat sein Gemüse auch nie aufgegessen! Ja, Özi, hast du grad was zu essen, wenn wir darüber reden! Esst deinen Teller jetzt auf! Hier kommt die aus! Hier kommt die aus! Hier kommt die aus! Boah, ja, wir schmeiß' mich mit aus! Oh, ist das geil! Oh, geil! Was hab' ich denn mit meiner Pizza gemacht? Fuck ich hierhin! Angebrannt? Nee, ich hab' Guck mal, normalerweise schneidet man ja so, ne? Einmal... Links... Also einmal horizontal, einmal vertikal, ne? Die nachfolgende Sendung verschieben sich um drei Stunden. Also ich weiß... Ich weiß nicht, wie du deine Pizza vertikal schneidest, ne? Ich hab' ich so'n Pizza streifen! Ich hab' ich so'n Pizza streifen! Also, eine Pizza liegt generell auf dem Teller. Dementsprechend schneidest du, wenn du auch horizontal hast. Oh, shit! Oh, gosh! Vanva tut auch drei Stunden, bevor ihr die Pizza in den Ofen schiebt, einberechnen, wie der perfekte Ofengrad ist und die perfekte Schneide-Performance, damit die Pizza auch absolut geil... Die Schneide-Performance war das Wort falsch gerade! Die Schneide-Performance, bitte! So, ich bin jetzt auch vor Ort und jeder jetzt frechelt, kriegt auch mal schläge. Ich erzählger dich gerade, weil ich gerade nicht mehr für die Wahlzettel sind. Also, ich hab' jetzt die Platten, richtig? So, mit diesen Platten kann ich jetzt eigentlich so gut wie in zehn Minuten das ME-System bauen, richtig? Äh, du brauchst halt den Inscriber dafür? Ja. Das hängt schon hier mein Spiel, toll! Ja, dazu hab' ich hier echt tolles Spiel! Kleinen Hänger! Ja, dann hab' ich nochmal! Nö, ich nicht! Bisschen nervig! Was ist alles zum Rathaus? Nein, morgen wird der Geld! Inscriber! Wow! Also, ich... Mehr brauch' ich nicht! Inscriber, und dann? Ähm... Ich angemeld! Oh, ich bin zu dumm! Ja! Ja, das bist du! Meine Damen und Herren, dies war die weiseste Aussage in dieser Folge! Du! Junge, Junge, Junge! Aber nun, aber nun klär uns auf, mein Junge, warum bist du denn? Ja! Entschuldigung, wenn du so lachen musst! Was soll ich dazu noch sagen? Die Wahlzettel sind, ähm, am Zielort schon. Äh... Ich dachte, hier wäre... Wenn wir uns einfach diese Wahl machen können, sind wir überhaupt... Ja! Ja, die Wahl ist jetzt ungültig! Wir machen sie nächste Woche! Wir müssen neu zählen! Stadtnamen! Ja, wird nächste Woche gemacht! Die Wahl ist ungültig! Welche Stadtnamen gibt's überhaupt zur Auswahl? Ja, die müssen... Jeder kann den Vorschlag machen! Und danach kommt der zweite Wahl, wo die Vorschläge nochmal sind! Oh, Gottes Willen! Also, können wir auch 2.000 machen! Ja! Ja, geil! Komm darauf an, wie viele Zustimmung du dann bekommst! Ich wähl mich selber! Okay! So, als Erster meines Namens und Ältester dieser Gruppe bestimme ich jetzt, die Stadt heißt Quintopia! Nein! Nein! So, guck mal! Wenigstens einmal seid ihr euch einig! Ähm... Nein! Und wir müssen... Diejenigen, die nicht da sind... Die Wahl... Ich hab das immer falsch! Wieso sind hier nur sieben Bücher?! Alles klar! Wir brauchen aber elf! Ja, wir haben ja schon ein paar eins genommen! Achso, ich noch nicht! Irgendjemand hat Bücher genommen! Ich hab eins genommen! Ich hab eins genommen! Ich hab auch schon eins genommen! Ey! Ich hab eins genommen! Max hat eins genommen! Ösi hat eins genommen! Wenn ihr eins sind, die Bücher nimmt dann ist gut! Wo gibt's die Bücher denn? Also meine Damen und Herren! Können wir mal abgeben? Ja, bei mir kannst du das gerne sein! Chris, hast du das gerne? Bei wem? Hier! Wann war Chris? Ja! Hast du schon ein Buch? Nö! Wann war? Ja! Ja! Ich bin aber nicht mehr Rang 1! Ich bin nämlich Rang 2! So! Wer hat mein Spiele Titan erschlagen? Dein Spiele Titan! Nana, komm her, hol dir deine Schelle ab! So! Nana hat's jetzt heraufgespawnt! Er hat jetzt ganz große Probleme! Wann war? Ja? Wo kann ich dann die gegebene Stimme abgeben? Äh... Wie komm ich jetzt zu meinem Tod? Du musst dich in eine der drei Wahluern begeben, hier! Ja! Und dann die Stimme in die... Dropper setzen! Achso! Was wählen wir jetzt? Gut! Ich nehme die dritte Wahluße! Den Stadtnamen! Stattnamen! Stattnamen! Das ist nur der Stadtnamen! Du musst erst mal den Vorschlag aufschreiben! Und am Ende werden die Vorschläge gesammelt! Und dann, äh... In den zweiten Durchlauf halt... Gewählen! Warum müsst ihr so weit weg wohnen? Wieso muss... Ja! Ihr alle wohnt so weit weg! Also! Wo soll jetzt die Bücher hin? Ich geh die Bar und bedaufe mich! Ach, komm! Ich war um meiner Bar weiter! Wann war... Wo soll jetzt die Bücher hin? Äh... In die Dropper, die in den... Wir machen auch noch weiter die Wahl! Was denn auch mehr wählen? Mann! Ja, ja! Ich seh's gerade! Mann, ey! Was für ne Belastung! Ich sag ja, ihr seid auch blind! Ist belastend! So, wann soll jetzt... Wo soll jetzt die Bücher hin? Rennen! In die Dropper der Wahluhren! Diese Dinger, ey! Nicht Dropper, nicht Spender! Ist ja dasselbe! Nein! Ich nicht! Nicht? Nein! So, eines für... Gott! Was für'n Chaos! Meine Fräse! Irgendwahr... Wer ist noch nicht da? Mann! Ja, ich! Ich wurde getötet! Schwede Titan, wo bist du denn? Auf dem Weg! Entschuldigung! Ne, es ist korrekt! Es ist halt schon wirklich korrekt! Ah! Flex! Also... Flex! 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 Chris! Chris! Ich bin dir sehr dankbar für deinen Eingang! Vielleicht hört er mich ja dann durch den... Äh, äh... Hier sind Creepers bei dir, ne? Also... Nur mal so... Hä? Schon hier! Schon hier! Mal weg, ne? Also... Weggespringt zusammen! Weggespringt! Komm her! Ja! Ne, ne! Ich bin noch am... Nö! Nö! Da spring ich jetzt nicht runter! Toll! Wie soll ich das denn überleben? Ich mein, ich weiß ja, dass mein Vorschlag angenommen wird! Ähm, Leute! Ich schau hier gerade ein bisschen durch! Die Gegend habt hier oben Computer entdeckt! Ja, das ist... Das ist das Büro des Ministeriums! Pterio, wir fiel hier raus! Servus! Hallo! Oh! Der ist jetzt gekommen! Auch Halbflex! Sollen wir dann das Buch mit dem Stadtnamen dann signieren? Oder nur... Ne, 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 ne! Dann wüsste ich nochmal Bücher machen! Achso, ich habe meins auch zu sehen signiert! Egal! Aber der Österreicher hat noch gar nichts, ne! Komm mal rein! Du hast nicht gesagt, ob sie mir noch nicht vermisst ist! Ey, ich bin gleich tot! Ist jetzt eigentlich... Ist es eigentlich freie Wahl? Oder... Ja, du kannst jeden Stadtnamen aussuchen, den du willst! Nein! Achso, wir sind bei Stadtnamen jetzt! Namen! Ja, die Wahl zum Herrscher haben wir schon gewonnen! 6 zu 2! Achso, wer ist Herrscher? Äh, ich... Wer ist ich? Äh, Goodoba, Queensworld. Mit 6 zu 2 Stimmen! Okay, okay! Was? Äh, und jetzt darf ich einen Stadtnamen wählen! Können wir mal alle da weggehen? Ja, gut! Und flexes war nicht weiß gemeint! Und im zweiten Durchlauf werden die Stadtnamen dann halt genommen! Sehr gut! Und, äh, dann werden die Stimmen verteilt! Äh, äh... Okay! Äh, ich glaube irgendjemand hat noch ein paar Sachen von mir! Kann das sein? Kommt drauf an was, weil ich glaub ich hab was aufgenommen! Dann, äh, Leute im Stream schreiten irgendwelche coolen Stadtnamen rein! Äh, was, äh, Titan? Irgendjemand so eine Chessplate, irgendwie sowas! Das war für den Stream! Eine Chessplate hab ich keine! Gut! Ich, ich war... Mein Inventar ist sowieso voll, also... Ich glaub Nana hat sie kaputt gemacht! Nein! Nana, du kriegst Krieg! Jetzt zwar noch nicht, aber... bald! It's coming! So, ich, ähm... Mach mal gerade noch... Bei mir schreibt gerade ein Zuschauer, deswegen hat bestimmt Trump gewonnen! Genauso sind die Wahlen in den USA auch abgelaufen! Übrigens, Titan, ne? Ja! Balamogulis! Alter! Ich, äh, gebe übrigens gerade mal noch die Stimme für, äh, nicht für Ösi, für, für den... Ey, ich weiß ja, was der wählen wollte! Was ist passiert? Du willst dich wirklich mit dem Admin anlegen? Nicht wirklich, aber das... Es passiert einfach so! Es passiert einfach so, ja klar! Puh! So, und da... Und da spiele Titan mein permanenter Spielpartner. Hier ist... Gebührt das Recht der Rache dem Ältesten. Nana, das sind jetzt zwei Schellen, die du von mir kriegst, ne? Zwei... Meine werten... Wenn ich mal kurz um Aufmerksamkeit bitten darf! Das ist der Grund, warum ich gesagt hab, dass wir jetzt doch die Königswahlen machen sollen! Dann passiert nämlich sowas nicht! Damit beginnt nämlich der Krieg hier, meine Freunde! Nein, der Krieg hat schon längst begonnen! Was bist du denn für ein Kriegstreiber, im allem Ernst? Wir dürfen das nicht zulassen! Also ich als Bürgermeister würde ja keine Kriege stattfinden lassen! Wer sagt denn, dass du Bürgermeister bist? Komm rüber her! Ich, äh... Wo ist Nana? Wo ist Nana? Nein! Nein! Kennst du How I Met Your Mother? Da ist der Ösi! Nein! Wo ist Nana? Irgendwann werde ich hinter dir stehen! Nein, ich hab ihn gesehen! Also... Haben alle... Komm, ich spiele dir dann! Ich hab ihn gesehen! Wo bist du denn? Hast du auch einen Flex? Ich hab schon einen... Wo bist du? Wo bist du? Ich hab Nana gefunden! So! Wer zählt denn aus? Wo ist denn? Sag ich! Das mach ich! Wer wollte aus? Nein! Gab's jetzt eigentlich irgendwelche vorgefertigten Namen? Oder dürfen wir jetzt schon irgendwas? Gar nicht! Jeder konnte jetzt erstmal einen freien Namen vorschlagen! Okay! Okay! Gut! Und aus diesen Vorschlägen wird dann gleich eine richtige Wahl! Also das ist jetzt nur... Nochmal! Aha! Nein! Alles gut! Dann ist das jetzt deine Aufgabe, Quinn! Dann müssen wir jetzt das Rathaus verlassen! Ja, ja! Ich komm gleich wieder zurück! Nein! Ich geh in die Rathausbar! Ich muss auch noch wählen! Ja, okay! Wir gehen in die Rathausbar! Ich muss mal wählen! Nee! Terroristen! Terroristen im Rathaus! Terroristen im Rathaus! Wo sind Terroristen im Rathaus?! Ey, ich brauche noch ein Buch! Irgendwie ist Terrorist? Was?! Ich brauche noch ein Buch! Ich brauche noch ein Buch! Wo ist der Zombie? Hallo, ich brauche noch ein Buch! Hat schon jemand geklatscht! Tja, wirst du hier bei falschen! Oh! Terroristen! Terroristen greifen an, oh mein Gott! du kannst noch eine stimme abgeben also namen so einfach reinschreiben ähm oh da kommt nana wieder äh wie nennen wir die timon sag mal einen guten namen im chat ach waren wir alles gut bei dir ja hier so einen kuchen oh ja dankeschön den kuchen hast du wahrscheinlich entweder wieder auf so hat jemand hunger setz mich mal zurück hast du gerade den stuhl verrückt man darf doch in der bahn einen stuhl verrücken kann ich jemanden was selbst anbieten du hast die wahl er will ein brot nehmen wer wer wann war so ich bin jetzt auch gleich wieder da ich war nur kurz bei ja hör mal herr barkeeper kommen sie mal bitte zu mir jetzt hast du im tost anschlag hast du nicht irgendwas geiles was hier dann ist es jetzt ihre aufgabe die Stimmen, also alle Vorschläge zu nehmen und gemeinsam in den Chat zu posten. Wenn Doppelte sind, zählen die halt einmal, weil es sind ja nur Vorschläge. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dabei Doppelte sind, ist glaube ich relativ... Sie ist bei 100%, weil ich ja weiß, was Acel wollte. Acels Stimme kann ja gar nicht dabei sein. Ich habe sie als Briefwahl genommen und reingemacht. Was hat er denn gesagt? Ja, dasselbe wie ich. Okay, das ist auf jeden Fall das von Titan. Bist du dir sicher? Alter, was habe ich hier denn? Also ich akzeptiere diese Wahl von Acel nicht. Wir können natürlich eine Wahl machen, ob wir die Wahl der Wahl... Das ist Wahlbeschiss. Ja, wir können eine Wahl machen, ob die Wahl eventuell unstimmig ist. Oh, Mame. Ich mache mal Werbung für diesen Stream. Mein Werbespruch dazu, wir haben Eier und Chaos pur. Ja, also bitte, das ist der perfekte Werbespruch für unseren Stream. Muss man diesen Insider verstehen? Nein. Was ist das gerade denn? Muss man hier überhaupt irgendwas verstehen? Ist jetzt schon irgendwas mit den Stimmen passiert eigentlich? Was ist das eigentlich für Flügel? Noch gar nichts. Das sind die Traveller Wings. Damit kannst du zwei Blöcke hochspringen. Das ist Cheaterei. Nur? Nur? Hex. Du kannst sie noch upgraden. Okay. Oh, nächster Anschlag! Ich kann hoch fliegen. Unsere Wahlen werden gekipnappt. Hä? Unsere Wahlen werden gekipnappt. Ja. Irgendwelche, irgendwelche Leute wollen nicht, dass wir hier wählen. So, jetzt mal Backen halten da unten. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe neun Stimmen, ist das korrekt? Nee, ist von Blood Magic. Ach so, ja. Du hast neun Stimmen, das ist dann korrekt, wenn Acel Stimme zählt. War ein Fly-Mod. Ich spring zwei Blöcke hoch und Spirit Titan fliegt zuerst mal 20 Blöcke hoch. Okay, wir beginnen. Ich springe nicht, ich fliege. Du fliegst hier. Ich werde, ich werde auch wenn es... Ja? Du fliegst hier. Was bist du für ein Nazi, Alter? Sch, sch, sch. Sch, sch. Sch, sch. Sch, sch. Okay, Vorschlag eins. Ich weiß nicht, von wem es ist und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht verraten. Oh, sch, ja. Fox River. Ähm. Quinn? Ja. Ah, okay. Ne, also Vorschlag eins, Fox River. Vorschlag zwei, auch wenn ich weiß, von wem es ist. Alles klar, Fox. Okay. Der ist schon echt gut. Okay. Also nicht der Ficker, der nächste. Das, das kann du nicht... Ah, okay. Das gibt's nicht. Bielefeld gibt es gar nicht. Den finde ich auch irgendwie cool. Jetzt passt auf. Ne. Das ist eine Anlehnung an WoW, glaube ich. Oh, ne. Hammerfail. Müsste mir an Hammerfail denken. Okay, dann hätten wir... Wenn derjenige, wenn ich irgendwas falsch schreibe oder so, dann schreit derjenige. Äh. Ja. Finde ich jetzt auch nicht. Ne. Ne. Passt nicht auch. Ah, okay. Da haben wir noch einen. Ich versuche mal mit Enter den Chat zu öffnen. Das ist echt merkwürdig. Mit Enter? Es Odra. Es Odra. Es Odra. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Vielleicht kann derjenige nach der Wahl das ja mal erklären. Das stimmt von östlich. Das ist österreichisch oder? Nein. Auch mein Verschlag war ein anderer. Also das ist jetzt... Weißt du? Dieses Wort kenne ich nicht. Das ist ausländisch. Ich kenne das auch nicht. Es ist direkt österreichisch. Also der nächste ist, muss ich gestehen, jetzt nicht so kreativ. Oh mein Gott. Oh, den haben wir heute schon mal gehört. Alt-Schauberg. 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 Das kenne ich schon. Und wen wundert ist, wir haben eine zweite Stimme für Alt-Schauberg. Also, das ist jetzt zu viel. Ne, 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 ne. Gut. Also die Stimmen werden mir jetzt nochmal gezählt. Naja, das ist ja noch keine Stimmen. Also wir haben quasi acht Vorschläge, wovon einer jetzt schon zwei Stimmen hat. Das ist mir egal. Das zählt glaube ich nicht, würde ich sagen. Ja, wenn ich auch sagen, bin ich auch dafür. Das stimmt jetzt. Ja, wir haben im Prinzip Acel, ich vermute Acel war auch Alt-Schauberg, weil du sagst, das ist auf jeden Fall 100% eine Doppelung. Das sind quasi die Namen, die zur Wahl stehen. Ich muss ja sehr lachen. Ja, ich weiß nicht, ihr hättet geplant, spätestens nächste Woche Freitag quasi dann den Namen tatsächlich zu... Ne, ne, eigentlich heute. Heute wird der Name breitgegeben unter den Namen bekannt. Und die Königswahl. Ne, die Königswahl kommt nächste Woche. Die Königswahl brauchen wir hier. Nein, nein. Mal Ruhe jetzt hier. Dann werde ich mich einfach persönlich als König jetzt hier. Mal die Backen halten jetzt hier, Feierabend. So, euch ist schon klar, dass wir jetzt in eine zweite Wahl gehen. Seien wir doch mal ehrlich, es wird jeder wieder seinen Vorschlag nehmen. Ja, das wollte ich auch grad sagen. Ne, ich nicht. Ne, ich nicht. Das ist es ja, wir haben ja jetzt die Vorschläge. Vielleicht hat man ja was Tolles gesehen. Ja, ich hab was Tolles. Haben wir noch Blücher? Was, wenn wir, äh, von den, äh... Ja, wir können doch eigentlich wieder die Selten nehmen. Außer es in Gesang. Äh, äh, was ist denn mit den Leuten, die zugucken? Ja, wenn wir die vielleicht mit einwenden noch. Ja. Was die auch sagen können. Es sind, es sind zwar jetzt nicht viele, aber... Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Das könnte sogar eine gute Idee. Aber wichtig ist, dass natürlich die Zuschauer nicht beeinflusst werden jetzt vom... So, dann, da ich, da ich ja in keinem der Streams involviert bin und auch die Hoheit über die Auszählung habe, ähm, ich werde jetzt gleich einen der Streams durch Zufall nebenher laufen lassen, damit derjenige, ne, einfach... Also mein... Weil, nur als Beispiel, ich schalte jetzt bei Flex rein und seine fünf Zuschauer stimmen für Ficker City, dann könnte Flex jetzt nicht sagen, die stimmen alle für Bielefeld, ja. Ich werde euch aber nicht sagen, welchen der Streams ich anmache. Mhm. Aber, äh, am besten einfach so ein, so ein... Gibt es diese Pollseiten da, die du im Internet anmachen kannst, dann kann man das in jedem Stream posten und da kann jeder voten. Stimmt. Alle Zuschauer. Ja, das stimmt. Das wäre auch was. Das stimmt sogar. Ich habe allerdings keine Ahnung von diesen Pollseiten. Warte. Ich schon, bin auf dem Weg. Dann macht das einer gerade. Ja, okay, dann mach du. Okay. Pat ist gerade auch schon kurz offen, aber... Jetzt nicht mehr. Das ist gut, ich hatte nämlich gerade keinen Stream auf. Dann mute ich mich gerade und erzähle meinen Zuschauern, wie das Ganze läuft. Okay. Gut, das gleiche gilt auch hier für mich. Ich bin auch kurz mal gemutet. Ruhe. Ach, ich hab's ruhig. Also meine Zuschauer, ihr müsst gleich die Stormpoll beantworten, mit welchen Stadtnamen. Ja, ich brauch mal alle... Ach so, warte mal. Das kann ich ja einfach über meinem Bot laufen lassen. Du kannst... Hast du den... Ja, ne, aber dann zieht man es ja nur in deinem Stream. Ach so. Und wir wollen ja alle Streams mit einbinden. Kann ich nicht kosten für die Rolle. Mhhh. Deswegen würde ich es einfach über die Seite machen, da kann man dann einfach den Link überall posten. So, ich geh schon mal wieder, ihr braucht mich ja nicht für die Auszählung. Ehhh. 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 Naja, ich hab ja nicht so viel, also ich hab ja nur Timon. Und Nana, für die zweite Schelle erteile ich ihr Absolution. Die erste war gerade so schön. Danke. Danke. Exklusiv Content auf meinem Kanal, Nana kriegt ne Schelle. Diesmal ist Pizza nicht aus der Falle, Nico. Oh, schlechte Folge. Diesmal nicht. Heißt das jetzt, da wir... Gwynn. ... noch hier rum... Gwynn. ... oder... Können wir jetzt endlich mal wieder zu uns nach Hause gehen und weiter... Ah, noch müssen wir warten. Ja. Solange die Wahlen hier stattfinden, müssen alle im Rathaus bleiben. Godobar kommt zurück! Och, okay. Na, Godobar ist ja wichtig. Der ist ja der Zehler. Ehrlich gesagt, die Wahlen sind die Haft gerade im Jäger. Ja, deswegen muss er ja hier bleiben. Ja, deswegen muss er ja hier bleiben. Ich will weiterbauen, Mann. Das ist mir egal, du bist der Stimmenzähler, du bleib' jetzt hier, Mensch! Ich hab doch jetzt gar nichts... Du musst schließlich meine Reaktion fertig machen. Nein, nein, jetzt musst du ja gleich die richtige Rückgabe übernehmen. Ach, Spiele titan, wir brauchten doch bemooste Steine. Dir ist aufgefallen, dass das Rathaus zum größten Teil aus bemoosten Steinen besteht? Ehm, ein Moment. Gut, dass du das nur andeuten, dass das Krieg bedeutet. Wo ist denn, ähm, bemooste Steine? So, wer wollte Krieg? Ja, und ich haben diese Rathaus mit Mühe aufgebaut. Da unten? Das war bestimmt Game-Musterstein. Ein paar Farmosi Cobblestone sind drin. War doch Game-Mode. Na gut, hast du auch. Ja, man könnte die Farmosi Cobblestone und die normalen Cobblestone tauschen. Was, hast du noch? Danke, ja! Ah! Oh, nice! Ich bin vor die Barluhl-Uren teleportiert worden. Ich auch. Ich bin einfach... Ich sitz immer noch an meinem Biertisch und... Ähm... Shit, ich hab keinen... Obwohl... Granit. Granit kann man noch gut austauschen, ne? Ja, ja. Ich hab noch mal einen Cobblestone auch dabei sonst. Sag mal, erstellt jetzt gerade irgendjemand einen Stroblestone? Ja, bitte! Okay. Okay, gut. Ich poste mal kurz bei mir im Chat, auch für die Leute, die mitwoten wollen. Ja. Ja, bei mir auch. Also, Leute, das Stroblestone ist kostet. So, sieht doch schon mal schön aus. Und da voten wir jetzt auch, oder? Hier? Ich voten ja auch. Nicht. Achso, ja, sollen wir auch machen? Aber das Problem ist, wir können die ja beeinflussen, wenn wir mehrfach stimmen. Also, ich kann's nur einmal stimmen. Achso, okay. Komm, ist dann dabei. Moment, also, dürfen wir gucken wir jetzt voten, oder nicht? Ja, wieso sollten wir nicht voten dürfen? Ja, schon, oder? Dann brauchen wir erstmal die Bücher wieder. Dann dürfen wir auch voten. Oh Gott, man sieht das Ergebnis direkt. Ich will das nicht sehen. Haust du den Poll nochmal ins Teamspeak rein? Habe ich doch. Achso. Och, ne, das ist nicht euer Ernst, Alter. Oh, Alter, was geht gerade ab? Was ist los? Ah, Timo, du hast weg, du hast das Beste verpasst. Ja, guck mal. Wer braucht denn Mossy Cobblestone? Für welchen, ähm, Stadtnamen? Ah, ich bräuchte, ich brauchte ein bisschen was. Ich stopp die Aufnahme hier, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem Wahre. Ösi. Ösi braucht was. Ja. Ja.